Alter, was ist das denn? Ist das die Bullen? Das ist die Fresse. Ey, fahr, fahr, fahr! Fahr! Volker, Alter! Fack! Fahr, fahr, fahr! Fahr, fahr! Papa, geil! Was geht ab, meine Freunde? Gamer Bros hier, zusammen mit Luke und Kevin. Kevin und ich, wir wurden richtig krass von diesem Spaß hier davon. Verarscht, der hat uns richtig geprankt. Wir sind wieder bei diesem Schloss gewesen. Wer meine Satans-Videos nicht gesehen hat, ich balle euch den Link in die Beschreibung. Gebt euch das auf jeden Fall nach diesem Video. Er hat uns halt überredet, nochmal dahin zu fahren. Und er hat das Ganze geplant, mit vier Leuten ungefähr. Und wir sind drauf reingefallen. Und ich hatte so Schiss, Leute. Ich glaub dir gar nicht. Digga, also mit der Männlichkeit, den muss ich erstmal, ich muss jetzt mal gleich mal gegen die Wand boxen, damit meine Männlichkeit wieder ein bisschen kommt. Und schaut euch das Video auf jeden Fall an, meine Freunde. Schaut bei Luke nochmal vorbei und bei Kevin. Und ich würde sagen, meine Freunde, lasst nochmal Daumen nach oben da und haut rein. So Leute, was geht ab? Wir befinden uns jetzt hier. Diesmal mit einem besseren Equipment, zwar mit einer Fahrradlampe, aber Jungs, die ist so heftig. Und Luke ist auch am Start. Kevin auch. Und wir probieren das jetzt wieder. Und mal gucken, wie es wird. Kommt. Das Licht ist krass hier auch. Kommt, Jungs. Das Haus ist da oben. Warte mal, ich will mal ein bisschen... Ich glaub nicht, dass das ein Tier ist, oder? Was ist das denn heute? Das ist ein Müllbruder. Warte ruhig, bleib ruhig. Egal, du trotz mal. Ich laufe noch nicht auf, Mann. Hier ist ein Volliduch. Darf ich rein? Ja. Nein. Doch, ist nix. Hier ist nix. Ich geh nicht da rein. Mann, hör. Nee. Pssst, mach es halt mal ruhig. Lass mal reingehen. Ich geh rein. Kommst du mit, Kevin? Ich sehe mal kein Nix. Ich sehe jemanden. Hier ist die Polizei. Fuck, Cops. Das ist die Satans-Ecke. Ah. Boah, ich wollte gerade sagen. Lass mal durch, ne? Was? Hier sind keine toten Tiere. Was soll das denn? Hier ist das Kreuz. Wir könnten daraus einen Horrorfilm machen. Hat jemand Lust? Lass mal einen Horrorfilm daraus. Ey, Bruder, ich hab keinen Akku mehr. Ey, Lukas, du so schiss? Nein, ey, lass mal hier noch. Komm, dann lass hier rum. Wir gehen hier raus. Wir müssen eh hier raus. Was ist denn, Bruder? Gespast, die Dicke. Toll, das ist ein Schrock. Was machst du da? Warte, lass doch warten, bis es 12 Uhr ist. Das ist ein Auto. Auto, komm mal raus, komm mal raus. Alter. Alter. Alter, wer hat da geschrien, Mann? Scheiße, ey, habt ihr aufgenommen? Nein. Wer hat da geschrien? Der bleibt stehen, Juh. Hunde, lauf. Lauf, Mann. Das ist fucking lege. Ey, da kommt wieder. Rein, rein, rein. Hä? Was warst du da drin? Ey, ihr habt uns voll Angst eingejagt, Mann. Wir uns auch, Alter. Wir uns auch. Ey, ihr seid so spatznäßig. Was warst du da drin? Ja, Mann. Ist das krass? Ja, Mann. Komm aber nicht rein, ne? Geh mal rein, wenn du Eier hast. Natürlich kommt man da rein. Hey, wegen euch Wichs hab ich mehr Sport gemacht als... Keine Ahnung. Also, Alter. Was los? Komm jetzt rein, Mann. Ich will weg. Ja, Jungs. Viel Spaß. Wir hauen ab. Das, Alter. Was denn? Was ist das denn? Was hat das für eine Drengekleid? Niemals. Ich schwör auf mein Leben, Alter. Warum ist das hier so komisch, Alter? Ey. Ey. Digga. Was ist das denn? Was ist das? Mach das mal zu, Alter. Ey, ich krieg Schiff. Das Schiff halt hoch. Ihr kommt hier... Mach mal Licht an. Ihr kommt hier nicht lebendig raus. Digga. Mal Fenster hoch. Ja, weg, Alter. Das waren die, du. Nein. Digga. Das ist grad... Ey, ich schwör auf... Jungs, ich verarsch mich nicht. Nein, ich schwör auf alles. Ich schwör... Fahr, fahr. Ich bin ja weg, Alter. Ich bin ja weg. Ey, scheiße, Mann. Zeig mal mal den Zettel. Wo ist der? Wo lag das? Es lag am... Es lag einmal nach vorne, da. Alter. Was ist das denn? Ist das die Bullen? Zulass. Ey, fahr, 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 fahr. Fahr. Fuck, Alter. Fuck. Feuer, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Geht nicht. Fahr. Oh mein Gott, Leute. Fahr, fahr. Fahr. Oh mein Gott. Fahr, Bruder. Fahr. Fahr, Mann. Ey, du bist so ein Bastard. Ey. Ey, halt mal ne Kamera. Ich fick jeden Einzigen. So, meine Freunde, wir wurden grad heftig verarscht von Luke, dem Wichser. Da, da, da. Seinem arischen Jungs, den hier vorhört. Wir haben uns grad richtig verarscht. Tu mal weiter mein Gesicht. Ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Also, ich hoffe, man konnte das irgendwann in der Kamera sehen. Der Wichser hat uns richtig verarscht. Das war die Rache wegen Viagra und Abfilme. Ich schau, mein Gott. Ich hatte noch nie in meinem Leben so Angst, Alter. Respekt an euch Jungs. Ja, Leute, guckt euch das mal an, Alter. Die haben wirklich durchgezogen. Guckt euch. Ey, ich schwörs euch. Man kann Pranks faken, aber wer sowas faked, um seine Karre so zu ficken, weiß ich auch nicht, Digga. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe, ihr kommt alle in die Hülle, Alter. Ja, danke, das war schon mal, ich bin schon wieder zurück. Die haben uns grad richtig geplankt, das hab ich schon bei Gott, das war nicht abgemacht. Die haben uns dieses Befehl. Luke, du bist so schritten. Ich hab mich schon so durchgelegt, ich hab richtig Angst bekommen, Alter. Krampf in meinem Bein. Ey, das Problem ist doch noch, Leute, ihr sitzt im Auto, egal ob du so ein Tier willst oder so ein Lauf, an der vier Typen auf dich zukommen, du kannst nichts machen, du hast verdammt, Alter. Aber Luke, guck mal her. Respekt, Digga. Das war halt. Das war schon, das ist Krieg, ne? Alles klar.